hallo und herzlich willkommen zu der nächsten folge von the hunter call of the wild als erster stelle habe ich eine kleine info die ich auch in den kommentaren unten verlinken werde das geht darum dass jetzt oft gefragt wurde in den kommentaren wann denn nur das medvet tiger dlc für ps4 kommt die entwickler haben jetzt vor ein paar tagen ein post gemacht und haben auch schon pre-release livestream gemacht bei xbox also denke ich mal ich weiß nicht wann hat video online kommt aber so 1 2 3 4 wochen vielleicht dann wird das glaube ich released denn ist call of the world auch auf den stand wo jetzt beim pc ist wird komplett leicht gemacht deswegen dauert hat vielleicht auch so lange keine ahnung auf jeden fall kommt es jetzt demnächst und ja noch eine kleine info noch hinten dran wir hatten ja in der einen folge versucht hat verletzte wie die verletzte vision gut zu jagen dann habe ich im live stream gemacht ich habe dort auch geheiltet und auf youtube hochgeladen ich weiß nicht wenn das video hier online kommt ob ich das denn schon hochgeladen hat oder noch nicht das seht ihr denn aber ich denke mal das wird dann schon hochgeladen sein das ist denn so ein kleiner stream ausschnitt wie die hunter call of the world gestreamt habe und dort könnt ihr das dann auch mal sehen falls ihr die mission auch nicht schafft wie ihr es denn machen könnte ich denke mal das ist jetzt schon online war ist ja schon ein paar folgen her und ja jetzt müssen wir nach ernstdorf gehen und fotos von zwei verschiedenen vision machen nicht drei sogar das werden wir jetzt auch tun und ja da ist er doch also freunde war jetzt noch sagen wollte ist ja dann ihr denn wenn medvert tiger draußen ist das natürlich nicht gleich sieht es kann natürlich sein dass ich dann zwischendrin mal zwischen den anderen folgen macht von hunter call of the world oder ich komme hier bei den missionen gar nicht weiter dann stecke ich das dazwischen aber wenn ich dann mission habt die ich eigentlich so schaffen kann denn werde ich dann auch weitermachen weil da bringt mir nichts wenn ich jetzt mittendrin dann aufhören mit dem mission denn medvert tiger zocke oder im blaster einfach überraschen wollen lasst euch einfach überraschen weil er zeigt dann wahrscheinlich wieder gemacht hat nicht und dann mache ich das wieder doch so jetzt ist die frage wo wir lang gelaufen weil sie mir nicht genau wo die visente finden kann ja wir müssen jetzt fotos von wie sind machen wollen also sind wir jetzt mittendrin bei den visionen muss gerade mal gucken ob ich jetzt die marken noch mit habe weil ich dann eventuell noch welche schießen will abweg wunderbar ja erst mal wie sie befinden von das ist immer so die sache also noch mal zum thema verletzte vision kuh wie gesagt bis dahin wird das video schon online sein aber ihr müsst dort einfach zu den fällen gehen die sind die stehen da sind drei oder vier stück da müsst ihr dann das weibchen raussuchen wie ihr das in dem video dann gesehen habt habe ich erst beide männchen erschossen und dann am ende das weibchen habe ich richtig glücklich da habe ich richtig glück gehabt da ich das noch erwischt habe weil das schon in flucht in der flucht war das seht ihr dann aber alles und ja ich habe mich vorher habt ihr gesehen in der einfolge habe mir blöd ein abgesucht dann habe ich noch einen cut drin gemacht weil ich die nicht gefunden habe und die frage wo sind die vizente eine spur würde ich schon mal echt geil finden zumindest um ein stück weit ab der hat gesehen ich gehe mal wieder zurück jetzt ist das nicht mehr da war gerade diese komische licht änderung diese diese komische bildänderung das immer total ekelhaft auf ps4 denkt man hat werden sie auch patchen gibt noch viele bugs die mir aufgefallen sind wir wollen ja jetzt nicht von bugs reden ist halt die konsolenversion die zieht halt dann immer ein bisschen nach das ist mir schon oft aufgefallen pc machen sie halt instant also so fast sofort und konsole hängt dann dabei soweit immer ein bisschen hinterher das ist bisschen mies aber wahrscheinlich ist das für konsole einfach komplizierter zu machen von update oder ratten ich musste mal schluck trinken gehabt über 10 trockenen hals natürlich sind ein spur oder das ist da oben ein scheiß problem ist das jetzt erstmal diese blöden wiese zu finden den habe jetzt den lasse ich jetzt einfach mal links liegen ohne weg missionen macht kauf ihr seid mir noch nicht sauer wenn ich fast immer nur durch renne weil ihr könnt jetzt vielleicht die ganze zeit auf was schießen aber das problem ist denn hat wir halt das eigentliche ziel total außer augen verlieren und ich bin da so straight und mache einfach mein ziel was ich machen will und jagen kann man halt immer noch also falls ihr hat wollte das denn ende der muss sagte gerade da wären wie sind aber ist es nicht alles gut das also komisch aus eben hör doch zu blöden blöder fuchs hat jetzt kein bock mein problem ist jetzt natürlich erstmal wie sind zu finden muss nämlich ehrlich sein ich weiß nicht genau wo die sich aufhalten was soll ich hier irgendwo in den wäldern rum kreucheln aber wo keine ahnung aber wenn ich jetzt nichts finde mal kurzen cut freunde und holt dann dazu wenn wir die erste wie sind da vor der kamera haben gerade es sieht ein bisschen schlecht aus ich wasser unten lang laufen aber ich höre auch nichts ein kohl kann gar nichts dazu macht dann gleich mal einen cut freunde und holt denn dazu wenn ich jemand wie sind gefunden hat ob das machen wir auch freunde freunde wir machen eben mal einen cut und kohle und dann sofort dazu wenn das wie sind in reichweite ist also bis gleich so freunde da bin ich wieder kapier unten gerade in wiesent schnaufen gehört jetzt nur erstmal genau gucken wo und der wind steht natürlich richtig und hat auf jeden fall als geknüpft end aber ich weiß nicht genau wo sitzt irgendwo da hinten irgendwo hier wo genau kein plan da stehen sie damit geschafft haben die ganze gruppe vorgrafiert wir gucken eben noch mal ob wir noch eine andere mission haben bandari ist fällig gut da weiß ich doch mit dem fuchs noch mal probieren konnte ich habe keine ahnung aber erst mal knallt da noch ein vision von ab ich will davon eins von noch mitnehmen aber mit dem fernglas gucken da wird dort männliche kriege vielleicht männlich die alle männer aber wir holen uns den der leuchtet ich glaube noch scharf heißt das kann sein der mich instant angreift er ist umgefahren auf jeden fall liegen tut er werde mich hier auch mal ein hoch sitzt den werde ich mir gleich mal einbunkern hier hätte mir hier auch sehr liebend gerne ein dingseln gepackt ein zelt aber da kann ich mich also ich wäre jetzt blöd so nochmal zurück zu gehen ein zelt zu holen und wieder her zu gehen das wäre total bescheuert so wo ist die blutspur ja der ist tödlich getroffen das sieht man schon ihr werdet wohl perfekt unter die linken flügel getroffen haben ja und dann werde ich das noch mal mit dem fuchs probieren freunde ich weiß aber nicht ob ich das in separaten folgen mache also ob ich jetzt vielleicht die folge dann beende oder gleich noch das weiß ich noch nicht da liegt er nehmen wir uns auch gleich mit muskel und flügel rechts perfekt getroffen so dann gucke ich nochmal was da vorne ist und dann werde ich denke ich mal die folge beenden und dann machen wir das doch einzeln ich glaube ich besser ne heftig stehen auf der brücke ich hasse es von ach komm wir lassen hat wir nehmen das noch mit hier und dann würde ich sagen werden wir die folge auch an der stelle beenden und wir versuchen denn in der nächsten folge uns den fuchs zu holen also bis dann freunde und machte gut